Soda la Bastelzeit, heute mit einer kleinen Runde Es werde Licht. Ja, Licht braucht man eigentlich immer und viel, insbesondere natürlich wenn man hier so wie ich Filme macht oder Videoaufnahmen macht, natürlich auch für Foto und ähnliches. Naja, das mag draußen meistens noch funktionieren. Drinnen sieht das nicht ganz so gut aus. Das heißt, wir müssen drinnen mit Licht nachhelfen. Was ich da aktuell benutze, das ist einfach hier eine Powerbank. Das ist sowas hier. Die hat, wie wir sehen können, drei mal vier LEDs hinten drauf und wenn wir die einschalten, Vorsicht, hell. Überraschung, es wird hell und entsprechend kann ich dann hier meinen Arbeitsbereich relativ gut beleuchten. Und ihr seht ja auch, wenn ich es ausmache, das macht dann doch durchaus einen Unterschied. Wenn ich weniger Licht habe, seht ihr eventuell, dass es hier anfängt zu rauschen. So, das Ganze ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Was ich einfach gemacht habe, ist so eine Handyhalterung geholt. Die ist normalerweise, um Handys auf Stativen drauf zu machen. Hier passt aber auch hier die Powerbank rein, kann man hier so dran klippen. Hier unten haben wir einen sogenannten Cold Shoe. Das heißt also, ein Anschluss, den viele Kameras haben, normalerweise für Blitze. Und was man dann machen kann, ist einfach eine Kamera holen, entsprechend den hier reinmachen, ein bisschen festschrauben und dann hat man das Licht entsprechend schön mit dabei. Das funktioniert jetzt natürlich und ist auch eigentlich ganz praktisch, weil, hey, ist eine Powerbank, hat einen Akku, kann man nachladen, überhaupt kein Problem. Aber zum einen, ich brauche die Powerbank auch an anderen Stellen öfter mal. Das zweite, ich weiß nicht, wie gut die LEDs sind. Dritter Punkt, naja, das Ding hier hat exakt drei Sachen, die es machen kann. Ich kann einmal drücken, dann ist der USB-Port an für Powerbank-Funktion. Ich kann gedrückt halten, dann haben wir hier eine Menge Licht. Oder ich kann zweimal drücken, dann hat er hier noch irgendwie so eine UV-LED. Aber das war's. Was ich nicht wirklich machen kann, ist irgendwie sinnvoll hier mit die Helligkeit regeln. Ich glaube, es gibt irgendwie einen Modus, dass man den hier so blinken lassen kann. Aber naja, das PWM von dem Blinken ist mir ein bisschen zu langsam. Das heißt also, dimmen wäre schon ganz gut. Und das ist der Punkt, wo ich dann jetzt mal ansetzen möchte. Und zwar ist man da beim Einkauf, was vor die Füße gefallen. War nicht teuer, also mal mitbestellt. Das gucken wir uns dann jetzt an. Die Packung sieht hier so aus. Ja, Photography Light. Compact and Portable. Gucken wir doch einfach mal, wie kompakt, wie portable und wie sinnvoll das Ding ist, oder? Ja, und hier sehen wir auch direkt noch einen Nachteil von dem. Ihr seht hier so Punkte. Das heißt, wir haben relativ wenig Diffusion. Entsprechend haben man dann hier solche Sachen. Na gut, gucken wir mal, was war denn hier so rauskriegen. Und ihr seht schon, hier liegt schon eine. Habt ihr schon mal ausgepackt? So sehen die Dinge aus. Auch hier haben wir den Coltschuh dran. Wir haben ja auch noch so ein Stativgewinde drin. Das heißt, wir können es auch irgendwie auf ein Stativ drauf machen oder so einen Magic Arm, wenn das ein Begriff ist. Auf der Vorderseite haben wir die große Fläche mit dem Diffusor. Okay. Auf der Seite haben wir jeweils an jeder von den drei verbleibenden Seiten wieder einen Coltschuh drauf. Das heißt, da können wir noch mal was dran machen. Und auf der Rückseite sieht das Ganze hier so aus. Wir haben also drei Knöpfe. Wir haben diese wunderschöne Batterie Cover hier mit zwei AA-Batterien drin. Und das war's. So. Okay. Wie gesagt, die waren günstig. Also muss ich nicht weiter erwähnen. Natürlich habe ich mehrere geholt. Wie gesagt, die kann man hier schön durch den Coltschuh auch danebeneinander machen und dann sich eine größere Lampe bauen, wenn man daran Interesse hat. Jetzt die Frage, macht's hell und wie funktioniert's und was ist drin natürlich? Also fangen wir doch einfach mal an. Ihr seht ja schon, ich habe schon Batterien drin. Das heißt, du könntest jetzt einfach mal umdrehen und können hier den Power-Button in der Mitte drücken und dann sieht das Ganze hier so aus. Zack. Okay. Hell ist es schon mal. Das sehen wir. Und was auch ganz gut ist, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber es ist auf jeden Fall halbwegs gleichmäßig. Wir sehen auch 2, 4, 6, 7 mal 2, 4, 6, 7 LEDs. Also doch schon ein bisschen mehr an LEDs dahinter. Und was wir auch machen können, wir sehen ja hier ist noch ein Minus und ein Plus. Dann schalten wir nochmal an und drücken ein paar Mal Minus und Überraschung, die Lampen werden dunkler. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt. Aber manche LEDs sind dunkler. Das heißt, das Matching scheint nicht so berauschend zu sein. Aber man sieht ganz deutlich, dass hier entsprechend auch ein bisschen was an Licht rauskommt. hier drunter. Und nochmal ausmachen und nochmal neu anmachen. Dann gibt es ja auch noch den Plus-Button und tatsächlich, wir starten in der Mittelstellung. Wir können tatsächlich noch heller machen. Das ist jetzt die maximale Helligkeit und ich denke, man sieht auf jeden Fall einen sehr guten Unterschied zwischen dem Licht, was ich jetzt hier an habe, meiner Powerbank und dem hier, wenn ich den hier nochmal ausmache. Der hat noch eine Mittelstellung. So aus. Und ihr seht, wie die Kamera jetzt nach und nach nach regelt. Okay, nachdem wir jetzt wissen, wie es funktioniert, wollen wir auch wissen, wieso es funktioniert. Das heißt also einmal reingucken natürlich. Das zweite, was ich machen möchte, ist noch nachmessen, wie viel Strom zieht denn hier wirklich von den Batterien. Da draußen kann man ja relativ gut erkennen, wie lange die dann wahrscheinlich halten. Und was mich auch interessieren würde, naja, 1,5, 1,5 sind 3 Volt. Geht auch ein bisschen mehr. Ich habe da nämlich noch so ein paar Lithiumzellen aufladbar. Wäre natürlich cool, wenn das auch gehen würde. So, wenn wir reingucken, wir sehen hier schon mal drei Schrauben plus zwei Gans hier unten drin, wo ich wahrscheinlich nicht drankommen werde. Mal gucken, ob wir die irgendwie rauskriegen. Aber fangen wir doch erst mal mit der Messung vom Strom an. Das geht, denke ich, jetzt einfacher. Also holen wir mal hier unser Mobilnetzteil, den das passt immer so wunderschön hier mit ins Bild, dass man zumindest halbwegs noch erkennen kann, was los ist. Wir benötigen drei Volt. Also stellen wir mal drei Volt ein und mal ruhig eine Ampere hier zulassen. Wird schon schiefgehen. Und gerade mal gucken, können wir erkennen, ja, hier ist ein Streifen, ups, ein Streifenblech, der durchgeht. Das heißt, an der Seite sind die einfach nur verbunden. Das heißt, hier haben wir Minus und Plus. Da müssen wir also drangehen, wenn wir messen wollen. So, tun wir das mal. Zack. Und wo ist meine Plusklammer? Da. Zack. Theoretisch sollte sich das Ding jetzt einschalten lassen. Probieren wir mal und ja, Licht geht an und wir sehen, das sind jetzt etwa 275 bis 300 Milliampere, also 0,8 Watt. Wenn wir es mal dunkler machen, auf die niedrigste Stufe, dann sehen wir nur noch bei 10 Milliampere, 0,03 Watt. Und auf der ganz höchsten Stufe, was haben wir da? Ist ja jetzt dunkler geworden. Okay, sah nur so aus. Aber maximale Stufe 750 bis 760 Milliampere, also knapp 2,2 bis 2,3 Watt. So um den Dreh, was wir da an Lichtleistung rauskommen. Okay, was mich auch noch interessieren würde mal gerade, können wir mal gerade hier ein bisschen, der Kontakt ist nicht so berauschend, merke ich gerade, können wir mal ein bisschen dimmen. Mal hier auf eine niedrige Stufe und schauen jetzt mal. Ich sehe zumindest mal so direkt nichts, was flackert. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Viele Lampen haben halt das Problem, dass sie anfangen zu flackern, wenn man entsprechend da mit einer Kamera anrückt. Ich muss gleich mal gucken. Ich habe irgendwo noch eine Kamera, die auch 60 Frames kann. Die hier nimmt jetzt gerade nur 30 auf. Ja, böse Hilfe, ihr seht Frames doppelt. Mal gucken, ob es da flackert. Aber bisher sieht das eigentlich ganz gut aus. Und hier noch mal Aufnahmen mit einer anderen Kamera. Das hier ist mit 60 Frames pro Sekunde aufgenommen. Da sehen wir auf jeden Fall auch kein Flackern. Und gehen wir direkt noch was tiefer rein. Das hier, was ihr jetzt seht, ist aufgenommen mit 240 Frames. Natürlich langsamer gemacht jetzt, aber auch da kein Flackern zu erkennen. Also wirklich ideal geeignet für Video oder so. Das scheint also wirklich, wenn da PWM ist, das so eine hohe Frequenz zu haben, dass selbst bei hier solchen Highspeed Aufnahmen keine Lichtartefakte auftreten, die man bei anderen Lampen halt häufiger schon mal sieht. Zum Zerlegen haben wir jeweils in den Seiten und oben eine Schraube sowie unten zwei Stück. Die zwei unten sind relativ weit drin. Da braucht man also einen sehr langen, sehr dünnen Schraubendreher, um da dran zu kommen. Das Board selber ist innen drin nochmal mit vier Schrauben gehalten. Wenn man es rausholen will, muss man aber die Batteriekontakte auch noch ablöten. Die sind hier direkt dran gelötet und blockieren so ein bisschen das Zerlegen. Okay, wir haben es auseinander. Auch wenn die tiefen Schrauben vom Schraubenkopf nicht mehr viel übrig ist. Na gut, wir haben auf jeden Fall hier unser Innenleben. Erstmal natürlich die Vorderseite mit den ganzen LEDs. Interessant hierbei die Beschriftung, wenn wir gucken, D5, D7, D45. Also die scheinen irgendwie querbeet zu sein. Da sehe ich kein richtiges Muster. Was man aber sehen kann, wenn man das so ein bisschen kippt, ist wahrscheinlich, dass da durchaus so ein bisschen was an Muster zu sehen ist. Tracetechnisch und zwar scheint so, dass die Reihen hier immer parallel geschaltet sind. Die Batteriekontakte sind direkt an der Seite dran gelötet. Das heißt, die kommen einfach vom Gehäuse so zwei hoch und die sind direkt hier dran. Deswegen ging es nicht direkt raus. Die Knöpfe unten drin, die haben wir hier. Die sind einfach verlängert. Und damit kommen wir auch zu der anderen Seite. Hier haben wir erstmal eine Typennummer. YLG-0505C-V1,7 mit T gleich 1,2 Millimeter. Okay, 1,2 Millimeter könnte... Dicke? Ne, die Dicke ist glaube ich höher. Na gut. Wir haben auf jeden Fall hier eine Menge Zeugs drin. Unter anderem wahrscheinlich ein Mikrocontroller mit einem kompletten Programmierboard hier unten. Also Custom-Firmware für Licht-Anyone. Wir haben hier einen Current-Sense-Resistor. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber ich würde sagen, ich mache mal ein Bild und dann gehen wir zum PC. Da können wir, denke ich, auch ein bisschen mehr sehen. Ne? Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf die Schaltungsseite vom Board. Und ein paar Sachen waren ja schon relativ schnell zu erkennen. Wir haben hier einen Mikrocontroller an der Seite, der entsprechend das Ganze steuert und auch mit den Tasten dann entsprechend eingebunden ist. Zu dem Mikrocontroller gehören dann auch hier vier Pins. Das heißt also, wir können im Prinzip hier auch die Firmware ändern, wenn wir das wollten. Der Mikrocontroller selber ist, wenn wir mal von der Seite gucken, ein STC. Findet man ja relativ häufig. 8G1K08A. STC ist dabei ein chinesischer Hersteller. Ist relativ bekannt für günstige Mikrocontroller auf 8051er Basis. Also so dieser klassische, nennen wir es mal, uralt Mikrocontroller. Ist jetzt nicht der schönste Befehlssatz. Aber hey, er tut seinen Job. Und wenn es günstig ist, wieso nicht? Ansonsten, was wir sehen können, der Betriebsbereich hier 1,9 bis 5,5 Volt. Das heißt also, wenn wir da unsere drei Volt reinstecken an Batterien, da können wir direkt in den Controller hier reingehen. Müssen nicht noch mit einem Spannungsregler oder irgendwas arbeiten. Sehen auch hier Build-in-LDO. Das heißt also, der kann sich selber die Spannung da zurecht machen. Ansonsten hier Flash-Memory 12 KB oder bis zu 12 KB. RAM 128 Byte direkt, 128 Indirekt und nochmal ein KB extern. Also im Sinne von Internal Extended. Also ist eingebaut. Und das Ganze läuft mit bis zu 24 Megahertz. Also schneller als so mancher Rechner früher war. Wobei man da dazu sagen muss, der wird wahrscheinlich nicht mit dieser Geschwindigkeit laufen. Ich gehe davon aus, dass die den absichtlich runter takten, um weniger Strom zu brauchen. Wenn wir mal das Ganze hier sonst noch überspringen und hier unten gucken, wir haben ja den K08A war das glaube ich. Genau K08A. Also diese Zeile hier. Das heißt also, wir haben in Wahrheit 8 KB an Flash. Wobei wir einen Teil wahrscheinlich davon nicht benutzen können. 1,2 K RAM. Okay, okay, okay. Haben bis zu drei PWM-Kanäle. Ich gehe davon aus, dass man die dann auch zum Dimmen eventuell nutzt. Und hier auch ein 10-Bit ADC drin. Eventuell um entsprechend den Strom da noch zu lesen und so nochmal eine Rückinfo zu haben, wie es denn geht. Für den Strom haben wir ja schon gesehen. Hier sind insgesamt sogar zwei Shunt drauf. Das heißt, wir haben einmal hier den R100, also 100 Milliohm. Und hier oben sitzt nochmal ein R100 mit 100 Milliohm. Das heißt, das wird anscheinend an zwei Stellen gemessen. Da konnte ich nicht so ganz rausfinden, was das für einen Hintergrund hat. Es ist leider sehr schwer, hier die Traces zu sehen durch das Weiße und so. Ich würde fast schätzen, dass man da das Panel in mehrere Einheiten aufgeteilt hat, die zwar gemeinsam angesteuert werden, aber dann separat gemessen werden und so. Speaking of Ansteuerung. Für die Ansteuerung ist dieser Chip hier zuständig, der U2. Da sitzt die ganze Magie drin. Und wenn wir mal gucken. Ja, M3 TL steht da drauf. Gibt nur ein Problem. Ich finde absolut nichts dazu. Auch hier dieses Logo habe ich so noch nie gesehen. Ich habe mal rund gefragt. Hat auch sonst keiner von den Leuten hier im Umkreis erkennen können. Ich gehe davon aus, dass auch das irgendein chinesischer Hersteller ist und der speziell dafür gebaut ist, eben LEDs anzusteuern. Ich bin mir nicht sicher, ob der dann wirklich analog arbeitet. Ich würde davon ausgehen, dass es einfach ein stinknormaler Controller ist mit ein bisschen Feedback. Das heißt also, hier oben sitzt irgendwo der andere Shunt, den wir gesehen haben. Der gibt eine Rückmeldung und der hier steuert die LEDs dann mit einem konstanten Strom an. Kann allerdings selber über einen IO-Pin entsprechend ein- und ausgeschaltet werden. Und das wird vom Prozessor kommen. Einfach zum Dimmen dann. Aber wie wir eben gesehen haben, in einer sehr hohen Frequenz, sodass es selbst bei 240 Frames nicht auffällt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da schon mit ein paar Kilohertz oder sowas reingeht und das eventuell danach auch noch mal so ein bisschen mit Smoothing macht. Das kann man ja hier auch schön sehen. Wir haben hier das Ding. Wir haben einen Transistor daneben, der wahrscheinlich dann schaltet, weil der ist da reingebunden. Wir haben aber auch hier unsere Spule. Wir haben jede Menge Kondensatoren. Also ich gehe davon aus, dass die da tatsächlich am Ende hingehen und versuchen, das möglichst gerade zu machen. Das Ganze natürlich ein Schaltregler, wie wir hier auch sehen. So dieser klassische Aufbau mit Spule mit entsprechender Diode. Das heißt also, wir gehen bei der Spannung runter von dem, was wir haben. Allerdings sehr effizient dadurch, dass wir die Energie nicht wie üblich in Hitze umwandeln, sondern in magnetisch hier in dieser Spule speichern und von da aus wieder rausholen. Also Schaltregler halt. Bei den Transistoren im Übrigen, was ich da gefunden habe, sind einmal die hier 3402. Das ist so ein klassischer MOSFET, N-Kanal, MOSFET 30 Volt, 4 Ampere. Und oben in der Ecke sind noch die hier ein bisschen vertreten. A19T, das übersetzt sich zum 3401. Und naja, 3402 war N-Kanal. Das hier ist dasselbe in P-Kanal, also auch 30 Volt und 4 Ampere, beziehungsweise minus 30 Volt minus 4 Ampere, wenn man das geht. Ansonsten nicht viel drauf. Wir haben irgendwie noch eine Diode hier oben in der Ecke. Aber wie gesagt, ich kann hier leider nicht so wirklich direkt erkennen, wie das verschaltet ist und will nicht zu tief reingehen. Das Grundkonzept sehen wir auf jeden Fall. Wir haben einen Schaltregler, wir haben einen CPU, die das Ganze ansteuert und noch viel mehr ist da nicht dahinter. Und während ich hier schleißig am Messen bin, ist mir noch was aufgefallen. Da ist was drin. Das klingt nach Anleitung. Also gucken wir doch einfach mal. Vielleicht steht da irgendwie ein bisschen mehr drin. Naja, das brauchen wir wohl nicht. Was haben wir hier noch? Wir haben eine Liste, der Importer ist für UK und EU. Und Anleitung. Wie es aussieht, nur auf Chinesisch. Das ist natürlich schade. Ah nein. Rückseite ist englisch. Photographic Light LED 01 C. Okay. Aber leider auch hier nicht wirklich was dabei. Hier steht nur Nummer 5 Batterie soll man benutzen. 800 Lumen. Okay. Oh, CRI 93. Okay. Das ist eine Ansage. Bei 6500 K. Das ist natürlich ideal für Beleuchtung. Ob der wirklich die 93 schafft? Ich bin ja mal gespannt. Gleich mal gucken. Ich habe zwar nichts sauberes zu messen, aber wir können ja zumindest mal einen groben Test machen. Ich habe glaube ich irgendwo noch eine 93er von einem Markenhersteller. Na, einfach mal gucken, wie die gegeneinander kommen. Naja, es steht jedenfalls nicht drin, ob das Ding auch irgendwie mit 4,5 Volt klarkommt. Also ja, bleibt da nur Try and Error. Dann machen wir gerade noch einen Abstecher in den Bereich CRI, weil ich es eben so schön in der Anleitung gesehen habe. Ich werde es jetzt nicht zu breit machen. Einfach weil CRI ein Riesenthema ist, da kann man ein eigenes Video zu machen. Grob gesagt geht es darum, dass Farben gut aussehen sollen oder gleichmäßig aussehen sollen. Ihr kennt es vielleicht von den alten Energiesparlampen. Wenn man da eine günstige hatte und in den Raum ist, dann hat da irgendwie alles so einen grün-gelb-Stich. Sowas möchte man natürlich vermeiden. Und da gibt es bessere LEDs und schlechtere LEDs. Ich habe hier mal so eine Testkarte. Das ist quasi so ein Industriestandard mit diversen Farben, die beim Filmen häufig auftreten. Das, was ihr jetzt hier links jeweils in dem Kasten seht, das ist, wie der PC denkt, dass die Farbe aussehen sollte. Und jetzt nehmen wir einfach mal die Powerbank dazu. Und ihr seht jetzt schon, ja, manche Sachen gehen gut, andere Sachen sehen aber ein bisschen seltsam aus. Also prinzipiell, ja, die Hauttöne sind ein bisschen schwach. Das ist mehr grau als Hautton. Wir haben ein relativ starkes Grün hier. Und ja, auch wenn wir mal hier gucken, okay, das geht eigentlich alles so weit. Aber hier unten, das sollten Grautöne sein, ohne Farbstich. Naja, ich glaube, wir brauchen nicht lange zu diskutieren, dass diese Powerbank definitiv einen Farbstich ins Blaue hat. Also ja, die Farben verzerren da ziemlich. Dann holen wir doch einfach mal die High-CII-Lampe dabei. Und da noch Disclaimer. Ich habe die nicht wirklich aufheizen lassen. Die Kamera ist nicht eingemessen. Also ich erwarte auch nicht, dass die so gute Ergebnisse abliefert. Und wenn wir sie mal einblenden. Okay, also prinzipiell hier oben Light-Skin, Dark-Skin. Also die Hauttöne sind deutlich besser. Das ist, denke ich, klar. Dafür ist hier irgendwie bei Orange. Da fehlt ein bisschen das Orange. Ansonsten Magenta hier zum Beispiel fast 100 Prozent. Und auch die anderen Farben gehen ein bisschen heller, bisschen dunkler. Aber es geht alles in die richtige Richtung. Und auch die Grautöne. Ja, eventuell hier beim Dunklen ein bisschen Rotton. Aber es sieht eigentlich alles ganz okay aus. Entschuldigt hier ein bisschen die Flecken. Das ist einfach, weil, wie gesagt, Kamera ist dafür nicht eingestellt. Und dann holen wir mal unseren LED Cube. Habe ich ihn jetzt mal genannt. Hier diese LED Lampen dabei. Und das sieht hier so aus. Also ich muss sagen, auch nicht schlecht. Also gerade wenn wir hier gucken. Also da ist teilweise nicht wirklich viel Unterschied zur High-CII-Lampe tatsächlich. Und ich muss sagen, das ist teilweise ganz okay. Also hier beim Gelb zum Beispiel. Fast kein Unterschied zur High-CII zu erkennen. Das Rot ist ein bisschen schwach. Das wirkt sich auch hier bei Orange aus. Dafür haben wir irgendwie ja den Hautton so ziemlich im Orangen drin. Aber ich glaube, das ist eher ein Problem jetzt von der Belichtung her oder so. Und eher nicht generell ein Problem vom Licht. Und wenn wir unten gucken, also die Grautöne, die sind wirklich sehr gut. Selbst hier hinten bei den dunkleren, da ist nicht wirklich ein Farbstich drin. Also prinzipiell sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Deutlich besser auf jeden Fall als die Powerbank. Wenn man es genauer wissen möchte, dann müsste man jetzt mit dem Spektroskop anrücken. Das müsste ich natürlich dann auch mal fertig bauen. Das liegt irgendwo in der Bastelkiste. Äh, mal gucken. Vielleicht später. Ich habe jetzt einfach mal die Farben hier in den PC reingeführt. Und ihm gesagt, er soll mal gucken, wie weit das abweicht. Und dann kommen wir auf das hier. Ja, die Powerbank, die hat im Schnitt 8% Abweichung von der Farbe. Im Maximum 23%. Ist schon heftig. Die High-CII kommt da nur auf 3% Abweichung mit 16% im Maximum. Also deutlich besser schon mal. Und unsere Wurfellampe, die schlägt mal eben die High-CII, wenn wir das hier mit dem aktuellen Setup, wie gesagt, unkalibrierte Kamera nicht optimiert. Ähm, die hat dann nur 1% Abweichung und 5% im Maximum. Also, ja, ähm, Respekt. Wie gesagt, das sind jetzt nur grobe Zahlen, ohne irgendwie den Anspruch wirklich wissenschaftlich da haltbar zu sein. Aber ich denke, wir können relativ sicher sagen, dass diese LEDs, die hier drin verbaut sind, durchaus in der High-CII-Liga mitspielen können und keine billigen LEDs sind, die eine riesen Abweichung haben. Ja, ein Punkt ist noch offen. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, ich möchte das Ganze irgendwie mit aufladbaren Zellen betreiben, also irgendwas Lithium-mäßiges. Ja, äh, ist jetzt ein bisschen problematisch, denn, ja, dafür müsste ich eigentlich das Datenblatt von diesem LED-Controller haben, um zu wissen, ob der mit diesen Spannungen umgehen kann. Wie eben schon gesagt, ich habe leider absolut nichts zu diesem IC gefunden. Das heißt also, hier bleibt dann nur noch Augen zu und durch. Prinzipiell gehe ich nicht davon aus, dass es irgendwie ein Problem gibt, denn, naja, der Mikro-Controller kann problemlos bis 5 Volt. Lithium-Zellen, je nachdem, was wir holen, 3,6 Volt, 4,2 Volt. Ähm, der LED-Controller, ich gehe nicht davon aus, dass der da Probleme macht. Einfach, weil es extrem viele Lampen gibt, die wirklich mit einer Lithium-Zelle hinten drin arbeiten. Die gibt es so fertig zu kaufen. Und ich glaube nicht, dass die wirklich zwei Chips herstellen, eine für Lithium, eine für Batterie, sondern es wird hier wahrscheinlich ein Chip sein, der auch über einen größeren Spannungsbereich funktioniert. Wie hoch? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die 4,2 Volt da ein Problem sind. Einfach, weil es ein Standard ist, weil es überall benutzt wird. Also bin ich jetzt erst mal hingegangen, habe hier mein Labornetzteil drangehangen und habe einfach mal die Spannung ein bisschen hoch und runter gedreht. Und ja, schön ist es leider nicht, denn wenn wir sehen, wenn ich die Spannung hoch und runter drehe, die Helligkeit ändert sich doch enorm. Also auch natürlich die Leistung und damit auch die Abwärme. Ich habe da mal ein bisschen damit rumgespielt. Aber selbst wenn ich wirklich 4,2 Volt vollen Akku simuliere und auf maximale Helligkeit gehe, naja, da haben wir irgendwie so knapp über 3 Watt. Ist jetzt immer noch weit entfernt von den 5 Watt, die das Ding angeblich haben soll. Aber 3 Watt klingt mir jetzt für hier so ein Panel nicht unbedingt viel zu hoch. Auch die Spannungen an den LEDs sahen jetzt nicht so aus, als ob die zu hoch sind. Und wenn wir hier mal mit der Wärmebildkamera drauf gucken, ja, die Temperatur ist also auch überschaubar. Das Wärmste, was wir haben, ist der Controller auf die Rückseite. Bei den LEDs muss man sich schon mit Messgeräten drangehen, um da wirklich eine Erwärmung gegenüber der Umgebungstemperatur zu sehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass hier wirklich Lithium ein Problem ist. Also bauen wir doch einfach mal um, oder? Bevor wir das machen, bauen wir das Ding aber erstmal wieder zusammen. Einfach weil ich muss wahrscheinlich drinnen hoffentlich nicht mehr dran. Das macht das Ganze dann einfacher. Also Bord wieder rein, festschrauben, wieder die Batteriekontakte anlöten und das ganze Gehäuse wieder zusammensetzen. Die beiden Schrauben unten lasse ich jetzt mal draußen, einfach weil sie so nervig beim rein und raus machen sind. Und ja, auch ohne die hält das Ganze. Und als Zelle für da rein, naja, holen wir doch einfach mal dieses Ding hier. Die hatte ich ja schon mal gezeigt. 14500er Lithium-Eisenphosphat-Zellen, also LiFePo 4. Und 14500 ist nahezu baugleich mit AA-Batterien, womit das Ding hier normal betrieben werden soll. Unterschied, eine AA-Batterie hat 1,5 Volt, so eine normale Alkaline. Das Ding hat 3,6 Volt. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall nicht zwei von denen hier reinmachen. Dann wären wir ja bei der Spannung irgendwo bei definitiv zu viel Volt. Wie gesagt, 4,2 Volt traue ich dem Chip zu. 7,2 Volt, hu, schwierig. Also holen wir nur eine von denen. Dann sind wir bei 3,6 Volt bis runter irgendwo auf 2, irgendwas Volt. Das ist auch so nicht weit entfernt von dem, was die Alkaline-Batterien bringen. Den zweiten Schacht, den mache ich dann einfach mit so einer Dummy-Batterie zu. Einfach mit dem Draht brücken. Das klappt schon. Und ja, dann haben wir im Prinzip das Original-Batteriefach. Haben eine Lithium-Zelle drin, die ich sehr einfach wieder aufladen kann. Die sehr lange halten dürfte. Und im Zweifelsfall, wenn unterwegs wirklich das Ding mal leer geht. Mein Gott, dann hole ich halt noch ein paar von den Lithium-Zellen mit. Kann man ja sehr einfach tauschen, wie auch Batterien. Ich habe hier also beide Vorteile kombiniert. Ich habe einerseits eine wiederaufladbare Zelle. Muss nicht die ganze Zeit Einweg-Batterien nachkaufen. Habe aber auch gleichzeitig den Vorteil von Batterien, dass ich sie einfach tauschen kann. Und nicht wie sonst üblich irgendwie einen fest eingebauten Akku habe, der wenn leer ist, ist leer. Und ja, ich denke mal, hiermit kann ich ganz gut arbeiten. Und ja, ich muss sagen, ich bin doch positiv überrascht von dem Ding. Wie gesagt, ich habe es mir einfach nur mitbestellt, weil ich habe es gerade irgendwie beim Shoppen gesehen. Und dachte mir, ja, okay, Licht für unterwegs, habe ich noch nichts Vernünftiges. Mal gucken, vielleicht geht das hier. Wie gesagt, ich hatte bisher meistens einfach nur die Powerbank, die sich nicht dimmen ließ. Und ja, wie gesagt, sehr von den Dingern hier überrascht worden. Sie machen gut hell, sind problemlos dimmbar, ohne dass wir irgendwie Flackern in der Kamera bekommen. Nach dem Umbau hier problemlos mit wiederaufladbaren Batterien, wie es aussieht, zu betreiben. Was normalerweise halt deutlich mehr kosten würde. Und selbst dann würde ich ein Gerät bekommen, wo der Akku fest eingebaut ist. Das heißt, ich kann nicht mal eben, wenn leer ist, den Akku wechseln und gut ist. Das wäre dann nochmal eine höhere Preisklasse, wo man dann mit Wechselakkus arbeiten kann. Und ja, die gute Farbwiedergabe, die hätte ich so absolut nicht erwartet. Ich bin eigentlich von so China-Lampen da sehr bescheidene Ergebnisse gewohnt. Ihr habt ja bei der Powerbank gesehen, was die für einen Blaustich da fabriziert hat. Das sind zwar alles Sachen, die man im Post-Processing wieder rausarbeiten kann. Aber naja, ich bin jetzt nicht so profimäßig unterwegs, dass ich da eine Kamera habe, die keine Ahnung wie viel Bit an Farbtiefe hat. Das heißt also, wenn ich da zu viel hin und her mache, sieht man auch sehr viel in meinen Videos. Irgendwann sind halt die Farbinformationen weg, dann gibt es Flecken. Aber gut, genug erstmal zu der Lampe. Es gibt natürlich auch jede Menge Sachen, die man hier messen könnte. Man könnte mal mit Osteoskop gucken, was der wirklich für eine Frequenz hat. Man könnte mal mit Spektrometer, Spektroskop dagegen hauen, um zu gucken, ja, wie sind denn jetzt wirklich die Lichtverhältnisse? Ist das wirklich so gleichmäßig, wie es jetzt ausgesehen hat hier in meinem kurzen Test? Und ja, viel, was man wie gesagt tun könnte. Aber für mich reicht das hier. Es erfüllt meinen Zweck besser, als ich das erwartet hätte. Und ja, dadurch, dass ich es halt im Angebot bekommen habe, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich kann mich da nicht beschweren. Das war auf jeden Fall kein Fehlkauf hier. Die Lampen hängen jetzt auch hier an meiner Kampfausstattung. Sieht imposant aus, aber ich glaube, die ganze Sache jetzt ausgenommen der Kamera ist alles zusammen unter 100 Euro gewesen. Also das sind alles die billigsten Sachen, die ich gefunden habe. Aber es ist halt schön kompakt. Und ja, mit dem Ding kann ich dann jetzt auch in dunklen Ecken ohne Probleme filmen. Hab genügend Licht. Auf gut Deutsch, die Lampen tun, was sie sollen. Also ein Thema aus dem Hin, aber ich möchte muss was... Ich bin jetzt übrigens noch mal raus. "...zauber das ein Material im Netz." Berichte annih� sich Energie.